Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man die Fußnoten richtig in einem Text setzt. Fußnoten braucht man überall. Man kann sie im Schriftlichen verwenden oder natürlich auch im Internet, also im Computer, zum Beispiel mit dem Programm Word, kann man Fußnoten ganz einfach setzen. Wofür braucht man eben diese Fußnoten? Zum Beispiel, um ein Zitat zu kennzeichnen, ein Indirektes oder ein Direktes. Ein Indirektes ist eben, wenn man die Information einer Quelle mit eigenen Worten wiedergibt. Ein Direktes Zitat ist, wenn man es direkt von der Quelle, dem Satz, so kopiert. Das allerdings muss man auch in Anführungsstrichen setzen. Also wird ein Zitat zur Quellenangabe genutzt. Einfach hinter dem Satz, hinter dem Zitat eine Fußnote setzen und dann unten am Fuße der Seite sozusagen. Einfach die Quelle hinschreiben, zum Beispiel den Auto oder die Internetseite. Fußnoten sind aufgestellte Ziffern, hochgestellte Ziffern, die ganz klein sind, von der 1 beginnt. Und diese kann man dann zum Beispiel hinter dem Satz oben einstellen. Also die sind so klein, die stehen dann nur so oben. Ein zweiter Grund, um Fußnoten zu setzen, ist ein Wort zu erklären, wenn zum Beispiel ein Wort in der Fremdsprache steht oder einfach ein Wort, was man nicht so oft im Wortschatz hat. Zum Beispiel ein lateinisches Wort, also was aus dem Lateinischen kommt, eben ein Fremdwort. Doktor, mein Beispiel ist jetzt zwar kein lateinisches Wort, aber kann man einfach unten schreiben, eine Fußnote hinter dem Doktor setzen, hinter dem Wort und dann erklärt man unten im Verweis, was ein Doktor ist, in kurzen Worten, zum Beispiel ein Arzt, zum Beispiel. Oder wenn es ein ausländisches Wort ist, kann man zum Beispiel schreiben, das heißt auf Deutsch zum Beispiel Ananas oder Pfirsich oder Banane. Und so kann man einfach, ganz einfach ein Wort zu erklären, ohne im Text und in der Arbeit viel darüber zu schreiben. So kann man sich einen ganzen Satz sparen. Dann ist es noch ganz wichtig, um Fußnoten, zum Beispiel Hintergrundinformationen zu klären. Wenn es zum Beispiel in einem geschichtlichen Aufsatz steht, Friedrich I. regierte in der Zeit über Frankreich zum Beispiel, dann kann man hinter Friedrich I. eine Fußnote machen und dann eben unten erklären, woher man Friedrich I. kennt. Zum Beispiel, er wurde dort und dort geboren in dieser Jahreszahl und er ist für das und das bekannt. Einfach um nochmal das Wissen aufzufrischen und damit man nochmal weiß, wer überhaupt Friedrich I. ist. Ich hoffe, ihr wisst nun, wie man Fußnoten richtig setzt und könnt es demnächst anwenden. Vielen Dank!